Ich glaub ich hab's. Das hat irgendwas mit Bienen zu tun. Ach ne, echt? Ja, so... Eine Bienenwaffe, achso, hat was mit Bienen zu tun. Ja, warte, ähm... Das ist das, was echt jetzt irgendwie richtig informativ ist. Hallo Leute, und herzlich willkommen zur dritten Folge Vita Beast. Ja, letztes Mal haben wir eigentlich nicht viel anderes gemacht, als in der ersten Folge. Wir waren in dieser großen Schluchtmein. Und haben komische Dinge bekommen. Tja. Ist extrem viel komisches neues Zeug für uns. So wie das hier. Zeig mal. Schon wieder was Neues? Rote Funze oder sowas. Wie, jetzt irgendwas Rotes? Gibt's auf jeden Fall massig. Ich kenne keinen Plan. Das ist was so cool. Bugs Sweet Ohr. Dafug. Ja, die Name. Rubin. Ja, die kennen wir wenigstens noch. Damit kann man gut Werkzeug machen. Ja. Billiger, billiger, billiger. So in etwa. Eisen. Das gute alte Eisen. Ja, das brauchen wir irgendwie immer. Schon wieder Aluminium. Ähm. Ah, geil. Wenn die Spitze kaputt geht, wird auch direkt die nächste genommen. Praktisch. Ja, das, dann. Inventurial Tricks müsste hier noch drin sein. Aber das muss ich mir unbedingt für das normale Beinklöpchen gehören. Das wollte ich auch mal machen, aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Das ist so geiler Mod. Ich auch nicht. Hallo. Aber ey, dieser Mod ist wirklich sehr geil. Ist auch so. Man kann, wenn man möchte mit einer... Es gibt einfach Mods, die sind einfach extrem praktisch. Ja. Wie schon gesagt. Man kann, wenn man möchte mit einer Taste, wenn man eine Rüstung im Team hat, zum Beispiel das kann man dann einstellen, welche Taste das ist. Einmal die Taste drücken, dann hat man direkt die ganze Rüstung an. Das ist richtig geil. Einmal könnte man so andere Spieler zum Beispiel in der PvP-Feld. Weißt du, erst so kommt der auf dich zu gerannt, du hast keine Rüstung, drückst so einen Knopf beim Trick, Rüstung an, machst du ihn fertig. Ja, ja, so tarn erstmal. Ja, ja, so. So als nur Tarn, das muss man tun. Oh, das ist dann mies, weißt du. Hast du so gute Rüstung im Inventar, weißt du, kommt der so auf dich zu gerannt, du dich fertig machen, drückst den Knopf, hast du Rüstung, machst du den richtig fertig. Hä? Ich hab Amber. Was ist Amber? Wie ein oranges Zeug. Es ist orange? Es ist orange. Null. Ich weiß echt nicht, was ich wegspressen soll. Das sieht alles so wertvoll aus. Gib mir was, ich hab noch ziemlich viel Platz. Nee, geht schon. Es sind so viele verschiedene Sachen. Einfach. Einfach mal alles mitnehmen. So machen wir das eigentlich immer. Hier ist Erz und Erz. Hier ist überall. Ey, Armin. Komm mal her. Ja. Ich hab wieder so ein komisches Teil gefunden, wie wir letztens im Wald gefunden hatten. Sorry. Warte. Aber diesmal in der Wand. In der Wand. Warte. 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 Was denn? Da guckst du. Hä? Hier unten? Da in der Wand. Ja, das ist doch so ein Bienending. Ja, genau. Das mein ich doch. Ich hatte nur kein Kabel mehr gerade. Guck mal, ich hab Eisen gefunden. Okay. Ich baue das Eisen ab, du baust das Ding, versuchst das Ding in der Wand abzubauen. Nein, es ging wieder kaputt. Ja, das letzte Mal, da haben wir das mit einem Steilspitzacken versucht. Ja. Ey, lass es mal wirklich mal irgendwie googeln oder was auch immer. Nee, ich check das. Ja, genau. Google das sehen. Da gibt es ein Schulteswerk zu. Feed the Beast Wiki. Ja, genau. Chill. Google Chrome. Funktioniert. Ja, ein kleines Problem ist, wir wissen nicht was das für ein Teil ist. Ja, dann... Google Google Übersetzer ein Wienwerber. Ah, okay. Ich weiß, was ich weiß nicht. Feed the Beast. Ich weiß es nicht. Ich check mal die Items. Itemless... Items. Oder ich guck einfach mal auf dem Wiki nach Items. Das ist einfach übersetzen. Ihr wisst ja nicht mal, wie das Teil heißt. Ja, Biegenwabel auf Deutsch. Das ist ein schlechtes ca. Entschuldigung. Also... ... 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 Ich hab schon wieder dieses komische Orang-Schnittszeug gefunden. Was auch immer das sein soll. Amber. Amber! Kannst auch direkt mit googlen. Okay, warte. Wenn du schon grad dabei bist. Okay. Feed the beast, Amber. Naja, fast. Hä, warum ich nicht gerannt? Mensch, also man kann alles stacken, wow. Ey, ich renn doch, was ist los? Das ist so ein komisches Orang-Schnitts-Item, ne? Ne, echt? So mehr oder weniger rund. Ja. Wenn du das in irgendeinem Magic-Energie-Converter steckst, kann man 3000 EU bekommen. Geil. Also nur Energie. Ich hab schon wieder so ein komisches Orang-Schnitts-Ding gefunden. Okay. Da kannst du ja die Bienenwerbung mal jetzt. Okay, auf jeden Fall kann man damit Energie gewinnen. Mhm. Mhm. Übersetzer. Ist voll chillig. Ja, ich hab dich sonst ja letztens so untergestellt. Ich bin im Regen. Übersetzer. Ja. 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 Ich glaub ich hab's. Das hat irgendwas mit Bienen zu tun. Ach, ne echt? Ja, so. Ah, die Bienen war was so. Das hat was mit Bienen zu tun. Ja, warte, ähm. Das ist das, was echt jetzt irgendwie richtig informativ. Ja, das hat ich direkt was, was man dafür braucht muss und aufzubauen. Das ist im Westen drin. Ach so. Ja, halt zu morgen, Mann. es gibt nirgendwie so hatte ich die gerade wie immer das alte in Kräfte durch das sind haben wir wollen damit wollen 6 könnte man diese Seite nur das abbauen können schaffe gesehen schlachten wir sie ja gleich ich baue eben hier aber was kann man mit dem machen überhaupt das check ich das check ich gerade ich habe irgendwas komisches dunkelgrünes gefunden ich bin mir nicht so ganz sicher was wir machen können es wird schon um so komisch ist bei den Köln Schäfer damit kürzten großartig Propolis Propolis Schatzmann Schwest wenn es Propolis diese Bälle dieses Bälle diese Bälle oder das Ding was aussieht im Buch ich glaube eher diese Bälle also muss man damit machen können ich weiß es nicht bisher hochgegangen Prozent in New York und Prozent es ist okay ich habe zu können machen können aber wir gucken einfach mal ja Jolo wenn wir losgehen ja genau wie wir jetzt mit dem Wiener so umgefahren zu gestern letzten so das erinnert zugst wenn du übersteigst was wir kommen zu tun die Führung vorliegen dass der Kassel sind sie sind weg was ist die Minut der Kelle 5 Minuten an dem Treffpunkt. Oh, das ist so zugegeben. Kannst du mir helfen? Moment, ich steck grad in dem Loch. Ja, jetzt kann ich dir helfen. Schwierig, diese komische rote Funzel. Einfach mal abbauen, das ist ein bisschen besser. Ich helfe jetzt einfach mal rote Funzel. Okay, ähm. Ich check mal, ob es Black Hole chest gibt, hoffentlich. Oh, die, 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 die. Ja, man, es gibt Black Hole chest. Nö. Jungle case. Sieht mal crazy aus. Wie so eine kleine Kiste, so eine... Guck, hier ist man. Muss lang. Grazie. Gib mal ein, ein, blank. Und dann, der Fassel, 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 der Fassel. Rolf... Das hab ich nicht gesehen. Ja? Ja, blank. 服lisch. L.I.N.E.D. und danach so, siehst du so K.S., wenn du für's... Soll ich dir jetzt schon? Ich stehe mir immer zweiter Wort. Hallo? Irgendwie so, den Rest täppig. Nämlich. Find ich nicht, zu viel. Wenn du das eingibst, müsstest du das eigentlich locker finden. Oh, loi, was ist das denn, Alter? Loi? Was kann man mit denen machen? Das kann man einfach machen, oder? Hast du gefunden, was ich meinte, ne? Ja, ja. Ich weiß nicht, was man damit machen kann. Wolle, Glas und halt Platten, ne? Ach so, ich hab mal irgendwas im TMI gefunden, das wollen wir jetzt craften. Ja, klar, warum nicht? Okay. Aber dafür brauchen wir auch Wolle. Ja. Ja, okay, dann lass uns jetzt hochgehen. Ach, komm mal her. Ja. Kruselfusel muss wieder töten. Oh ja, wir haben alles noch nicht abgebaut. Nein, wir sind ja nun fertig. Komm, das trotzdem hochgehen wollen. Ja, klar, das ist jetzt gerade. Ja, auf jeden. Wir haben zwei Sachen, die wir direkt mal testen können. Während ich komm hoch. Ich hab dir ein bisschen Zeug und kannst das aufnehmen für mich. Klar, wenn du's so aufm Weg liegen lässt. Ich bin direkt hinter dir. Ja, ne, nicht ganz, aber. Ich komm mit dir hier. Ich hab dich gefunden. Ich hab eine Schere. Das ist gut. Schon wieder so ein Bienending. Ja, das hat sich sogar markiert, und das schafft. Oh, da hinten ist ja auch eins. Hä, wir nehmen die einfach alle mit. Passt schon. Und was man damit machen kann, das gucken wir später. Ich hab, das ist fünf Wolle. Das müsste reichen. Noch ein Scharf, warte. Ah ne, das ist wieder so ein Bienending. Ja, okay, gehen wir zur Base zurück, craften das Zeug, und dann kommen wir zurück und nehmen das mit. Das ist ein Hammergeil-Base. Äh, übelst Hammergeile-Base. Ein, ja, eine Doppeltruhe und zwei Crafting Table und einen Ofen. Fett. Beste Base ever, Junge. Wer kann diese Base schon toppen? Ja, ist so. Nicht mal unsere Tech-It-Base schafft das, weißt du? Boah, ich will mein Öl. Mann, bist du reich. Naja, Öl ist bei uns ja nichts wert. Im... Geht, ne? Naja, wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Ha, Auto vernennen. Hm. Warte, ey, so, ich crafte das Zeug einfach mal. Ja, man, Inventory-Trix, so geil. Alles rein stopfen. Die Kiste ist irgendwie leicht voll. Und das war nichts mit rein stopfen. Puh. Hätt' ja klappen können. Neue Kiste. Black Hole Chest. Brauchen wir eine. Ja, mach dir was fertig. Mach dir einfach direkt hier oben drüber. Rein stopfen. Ach, mach ich auch nen Kreuzknopf. Der Vogt. Ich crafte erstmal dieses eine Werkzeug da. Ich crafte erstmal dieses eine Werkzeug da. Äh, wo ist die Rolle? Prost. Hier macht zwei Werkzeug. Okay. Dann mach ich mir. Dann mach ich schon mal dieses, äh... Ja, was hab ich machen? Ja, dieses, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, aber welche Farbe? Es gibt so viele. Nimm, äh, Orak. Also, Orak. 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 Okay, es gibt kein Orak. Oak, oder? Ja, Oak. Das ist alles Oak. Es gibt Red, Blue, Green, Black. Na fuck, so viele, dann... such dir was aus. Oak, überhaupt Oak, das haben wir ja gar nicht. Ach, doch haben wir. Das ist ja... Dann mach ich... Green. Das war vor Wochengrüne wollte. Okay, äh... Ehhh... 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 Ich geh zu meinem Dings, dass ich so gefunden habe. Achja, wir brauchen dringend mal was zu fordern. Oh, Creeper, Creeper. Ich hasse! Beine, was in die Luft geflogen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man das abbaut. Mit rechts oder links klick, weißt du? Ja, versuchst du es nur mit rechts. Ja, und dann nach links. Ey, das ist mein Dings. Das hatte ich sogar mit nem Wapont markiert. Ne, ich glaub... Ich hab's abgebaut bekommen. Ich hab... eine Maj... irgend so eine Drohne hab ich bekommen. Was hast du bekommen? Irgend so eine Drohne, aber ich konnte nicht genau gucken, weil ich ein Zehlet ablachten musste. Eine Drohne? Ja, warte, ich lachte gerade auf so ein Zombi ab. So ein Ding, das rumfliegt? Euro 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 Lecker so er wird jetzt kürzlich gelegt das ist die erste Gebäude er doch mit längst er kriegt so welche Drohnen weiter sieben die Bekommen ja das ist aber drohen steht da auf jeden Fall Drohne, das meinst du das meine ich wenn wir einfach mal alles verdeutschen tja passt schon dann habe ich einen Printcase ja das habe ich auch eins und noch eine Drohne lass mal zu Hause aufstehen ja lass nach Hause gehen sonst überlebt man da nicht das kann sein lass nach Hause gehen ein bisschen entfernte aufstehen also ich verziehe mich gerade in Richtung Base ich glaube ein paar Monster verfolgen ah, dann lass mal grün geht nicht, wir haben keinen Kaktus wir können red machen, so eine rote Box ok, dann mach boah, wie mich einfach mal Skelett beinahe in die Schlucht geschossen hat ich versuche gerade Leben zur Base zu kommen was ist denn das für ein funkender Baum hier? ich bin mir nicht sicher, aber ich bin Leben an der Base oh, geh doch sterben oh, scheiß, halbes Leben vielleicht muss ich sehen, dass ich hier hackt bin hm geil, man sieht die Waste-Wake-Points Marklitz, Häcksler ja so daß mein Schwert neid da, mein Schwert stirb, du scheiß Spinne der Baum funkelt das funkel in den baum echt jetzt ja besser funkel ohne witz ich sehe dich gerade auf der mini map nix und schätze was muss zu gut nichts als das gehört zum Schluss ich habe gedacht dass die Kühe gehört der explodiert ist wo du es sagst ich glaube hier habe ich gerade gehört nein hast du nicht kannst du das Loch weg machen wenn es nicht unbedingt zuhause dazu sage ich jetzt einfach mal nichts ich habe nur gesagt dass du sagst jetzt einfach mal nichts ich habe nicht gelogen ich habe nur gesagt dass du sagst jetzt einfach mal nichts da wer auf jeden Fall macht das bestimmt unerfälliger weg als du das Loch in unserer Wohnung ne ich habe nur so ein bisschen blockiert und so um ja genau was für noch ja genau was für noch was meinst du um ich kann nichts mehr in den grüßen ich mag die erste die Teile der Vorfälle von diesen komischen n x7 die um oder so weißt du was ich meine als ich kann das nicht aussprechen mach du es besser kommt ich habe nicht gesagt dass das aussprechen meine dritte wird man kann sich auch zu repräsentiert wird hier noch nie ja okay dafür bräuchte op wenn du auf m gehst dann auf waypoint dann steht da teleport dann kann sich hin teleportieren auch voll geil musst du den nur anmarkieren das ist natürlich schon geil allerdings kann ich auch löschen die der Dings das heißt dieses Bind und Strasburg das müssen wir auch bei Google eingeben Dings nein hab ich nicht mal guck was passiert wenn man das macht nicht jetzt man jetzt hat der was voll wansches verstanden Dings was hast du gefunden Dings vom Dach im hr Fernsehen hessischer Rundfunk lol und Dings Dings Studipedia ey mach den Ende mit Stress auf Dings 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 Nee Naja wie auch immer wir müssen uns auf Folge wenden schon ein bisschen länger oh ähm dann bis zum nächsten Mal wenn's wieder heißt let's play feed the beast tschau Leute ... ... ... ... ... ... Ja.